Also der Erdbau ist morgen sicher abgeschlossen. Okay, genau. Achso, das geht ja so fix? Ja. Gut. Das geht schon fix. Ja prima, dann komme ich morgen noch mal vorbei. Jetzt fahren wir den Schotter rein. Die Erde muss noch raus, da soll die ihre Zufahrt geben. Die Pflasterfläche vielleicht überdachtes Kaper oder was da hinkommen.